Also die, die sich den jetzt holen, das sind die Hardcore-Typen, also die Typen, die das suchten, das Zeug. Also kannst du mal von ausgehen, das sind auch Killer, die das zumindest ansatzweise können. Du hast auch zum Beispiel, bei keinem war jetzt, jeder hatte auch schon Perks drin genug, reichlich. Ja, weil sie da, ich sag mal, 500.000 Blutpunkte reingestupft haben oder so. Also der eine war auf jeden Fall nicht voll ausgelevelt oder er hat nur scheiß Dinger bekommen. Ich bin mit einer Näher, war es glaube ich, hier in der Ecke. Ah, ich sehe euch alle. Im Dunkeln ist gut munkeln, Näher, kommst du näher. Sie möchte nach hinten gehen, was heißt denn da hinten? Irgendwie haben wir alle so einen sehr lauten Atem, nur nicht der Killer. Immer wenn ich das gemacht habe, dass ich mit den Survivoren irgendwo hingelaufen bin, bin ich die Erste, die gestorben ist, ne? Ja, es ist so ruhig, das wird schon wieder Ghostface sein. Wahrscheinlich sitzt der jetzt gleich oben drauf. Ja, er hat mich, wenn er nicht. Ja, fuck you, ey. Okay, ich habe da noch gemütlich dran gesessen und weitergemacht. Echt? Aber die Näher ist abgehauen, deswegen, das hat mich ein bisschen irritiert. Kannst du die sehen, ob die Baleena näher ist? Wer ist die? Der ist nicht die, das ist Ghostface. Die, über die wir die ganze Zeit reden, die Näher. Die Näher ist nicht hier. Und der Typ ist noch hier, der stoppt hier. Keine Ahnung, was wir haben. Er rennt jetzt in die Richtung an der Seite. Jetzt ist er wieder, keine Ahnung. Der stoppt oder der, äh, den ist nicht? Ja, der hat die Nähe entdeckt. Die Nähe ist dran. Ja, die ist auch gehiltet worden. Also. Okay, ich muss jetzt über... Die rennt jetzt hier um, die rennt schön hier rum, damit mich keiner holen kann. Jetzt ist sie reing... Ja, sie liegt im Haus, also. Nach dem Haus. Ja, im Haus, jetzt ist er, jetzt könnte man mich holen können, weil er hat sie aufgenommen. Ja, ich finde hier gerade den Weg nicht nach oben, geil. Das ist vorne gewesen, von vorne. Komm, mein Bruder, lass uns laufen. Ey, warum backe ich hier so? Die Spinner ist nur hinter dir. Den hörst du. Wenn er es denn nicht... Ja, wenn er direkt hinter dir ist, den hörst du. Der hat dieses große Geflatter. Ich will ihn ja sehen. Ich will ihn ja sehen und nicht hören. Soll ich dich heilen oder soll ich woanders hin? Nee, mach. Geh woanders hin. Sicher? Ja. Also ich guck nur noch, dass ich hier irgendwie noch Blutpunkte kriege. Die Runde ist für mich jetzt schon gelaufen. Sie zeigt aber an, dass der da, äh, fragt, dass der da Dings, äh, kennt. Hat er eben auch schon gemacht, ja. Ja. Hey, das war meine Seite. Der wird jetzt sowieso zu uns kommen. Was? Wir haben uns hier drin nicht so gut, da muss er schon eine Weile irgendwie... Hier keiner und Superstalken. Wir haben drei Ausgänger. Ja, von hinten nicht. Boah, das ist was für eine Scheiße, Mann. Schon das dritte Mal. Nee, ich geh weg, das ist nämlich, war eben auch so, da ist er nämlich genau dann gekommen. Ach, er hat den anderen gleich aufgehangen. Hä? Ach, da? Ja, er ist da. Ich sehe ihn. Wo? In deinem Baum. In deinem Baum? Äh, ja, bei mir. Okay. Jetzt sind wir dir, ja, glaube ich. Ja, ja. Ja, er hat mich auch sofort. Ich versuche zu dem anderen zu laufen, aber ich weiß nicht, ob ich da noch hinkommen habe. Ja, klar, leck mich doch einfach, ey. Hä, nee, das macht keinen Spaß, gegen den Krieger zu spielen. Also, ganz ehrlich. Tut mir leid, Junge, wenn ich dich farben muss. Falls ich in den Keller komme. Warte, hier ist der Keller. Schatz, lass uns gemeinsam sterben. Dann lass mich dich heilen, dann kriege ich wenigstens Punkte. Nee, ich gehe jetzt hier an den Dings ran. Hier sind wir ein paar Punkte. Der hat mich nicht wieder verkackt. Ja, er ist wieder, er kommt um die Ecke wieder. Er hat mich schon gesehen. Naja. Hat ihn jetzt aber nicht gesehen. Ja, er ist direkt um die Ecke gekommen. Ja, es ist hinter mir her, ist schön. Ich kann aber nicht mehr so gut umgucken, deswegen. Er hat dich, nee, er hat einen anderen Typen nicht dort. Ja, aber er wird mich holen. Soll auch ruhig. Nee, der andere Typ, rennt ihr durch mit ihm oder was? Ach, leck mich, ey. Ja, ich, ich ahne mich. Du warst aber jetzt zweimal schon, oder? Na ja, super. Ich glaube, ich diskonnecte jetzt. Wenn er nochmal kommt, diskonnecte ich es dann sofort. Da habe ich gerade noch drauf. Wie? Ja, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, dass man das nicht so abartig machen kann. Vor allem guck mal, guck dir mal die Punkte an, die der kriegt. Der kriegt ja auch kaum Punkte, weil das ist ja kein Jagen und nichts, was der macht. Ich sag mal, die letzten Runden sind ja alle so fünf Minuten und dann waren wir alle weg, ne? Und es waren keine schlechten Spieler dabei, muss ich sagen. Scheiße! Ja, ja, Arschloch! Hast du das noch gesehen? Hm. Oh. Ey, das war jetzt aber Zufall. Ich wollte einfach nur noch den Jagen zu Ende machen, ne? Ja, das ist genau das. Okay, die Map ist jetzt auch nicht viel besser. Boah, ey. Scheiße, das ist keine Killer, bitte. Was ja auch voll scheiße ist, ist dieser Null-Terror-Radius, ne? Ich sag mal, ganz ehrlich, wenn der so OP ist, der Killer macht das Spiel keinen Spaß, ne? Also, wenn der da, das war ja easy für den Jungs jetzt alle niederzumachen, ne? Und ich bin mir sicher, das war kein super Typ, so wie der gespielt hat. Der war auch ziemlich assidrauf, hast du halt auch schon an den Kommentaren und so gesehen. Ja, ja. Und dann, dass der zu blöd war, einen aufzuheben die ganze Zeit. Oh, nee! Ich sitze hier am Jendu, Arschloch! Wieso blockiert der? Ja, es ist Ghostface. Oder zumindest sein Kirk. Ich nehme mal an, dass er es selber... Aber der hat den anderen... Ja, mach den weg! Kann ich ja nicht wegmachen. Jetzt kann ich wieder. Kein Ruin. Also, ich tippe mal drauf, dass es wirklich Ghostface ist. Ja, ist es! Ja, ist es! Es ist hinter mir, ja, ja, ja. Oh, da läuft einer meiner Gegentrungen. Oh, er hat sich gestalkt. Ja. Ja, und won it gleich, ja, genau. Ja, ja, wenn er sich gestalkt hat, ja. Ich glaube, er wird den ganzen Arme in der Blutfahrt, ja, das ist ja das, was mich so ankotzt, warum die so geschissen das so gemacht haben, dass sie den mitten da drin machen. Äh, kann ich noch den Jen eben, der ist noch ein bisschen... Ach, was, mir egal. Ich brauche mich immer nicht lange, es ist zum Katzen. Läuft der? Ich weiß jetzt immer noch nicht. Drei, zwei, eins. Ja, und dann ist das jetzt auch noch schwieriger geworden, dem Stalking auszuweichen, also dass man nicht mal vernünftig da ihn so anvisieren kann. Das ist so scheiße, oder ist er? Ja, er ist schon wieder da und er geht wieder auf mich, ja, ja, oder? Na, er stalkt wieder mich, ja. Weil ich ja auch noch verletzt bin. Ja, er ist hinter mir. Nein, ich habe doch gesehen, dass er mich ist da. Ich sehe aber, dass er gerade neben mir herläuft. Vor allem steht er dann von jetzt auf gleich aus dem Nichts, äh, neben dir. Das ist total bescheuert. Ach, das ist der gleiche Penner, der zu blöd ist, einen aufzuheben. Das ist 100%? Und warum kommen wir eben in den gleichen? Ich habe mir den Namen eben nicht gemerkt. Pass auf, der steht oben drauf. Ja, ich muss mal eben meine Idee die machen. Ja, Arschloch, klappt nicht mit dem Mantel, ne? Aber jetzt kann er ihn anmachen. Jetzt kann man ihn nicht sehen. Ja, dann leg ich mich da hin. So Arschloch. Schau mal in der Daily. Kannst du mich nicht dahin hängen, ne? Das tut mir ja leid. Penner. Freu dich. Er steht hier in der Ecke und wartet, dass einer zu dir kommt. Jetzt darfst du da den einen, der hier rüberkommt, zu dir. Ja, den sehe ich. Also er ist hier bei mir hinter der Hütte weggegangen, aber ich weiß nicht, wo er hin ist. Keine Ahnung. Ja, der ist hinter mir, ja. Was sonst? Er ist auch ganz schnell, also. Oh, genau wie ich gesagt hatte. Oh, diesmal kriegst du es hin, mich aufzuheben, Junge. Äh, ich kriege den Mogen nicht hin. Aber ich kriege den Mogen nicht hin. Wenn es der gleiche ist, wäre es schon. Ja, genau. Das war geil gemacht, ey, von dir, Junge. Das war echt geil. Ja, aber er hat nicht gesehen, dass der Typ so dumm ist, hier zu dir rüber zu laufen. Das ist der Killer. Aber er ist jetzt auch dran, so wie er gerade spielt. Ja, komm zu mir, schnell, komm zu mir, ich will dir 200 Punkte. Es gibt doch keine Punkte mehr dafür. Ja, natürlich. Es gab schon immer 200 Punkte durch Wiedervereinigung. Na, er holt dich jetzt sogar. Tja, Arschloch, der ist noch blockiert hier. Ja, geht zu dem, der denn... Ja, aber er nimmt immer einen hoch und jagt dann die anderen. Das ist doch... Weißt du, das ist ja kein normales Spiel. Der kann offensichtlich ja nichts. Aber der läuft trotzdem durch die Gegend um letztlich alle. Obwohl er scheiße spielt. Also irgendwie... Aber ich glaube, ich habe einen Bonus bekommen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, es ist ein anderer. Twitch, Planky, was weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum ist der Penai. Wieso hat der mein... Hä? Zwei vollständige Haken. Das hat nicht gezählt, der eine Haken. Hä? Ich habe zwei Haken promotiert, das hat nicht gezählt. Ach so, die Sabotage. Nee. Aber du hast das Glocken gehört, wo das runtergefallen ist. Zweimal, ja. Er konnte mich beim zweiten Mal ja noch nicht mehr an den Haken hängen, weil ich dann noch promotiert habe. Der Typ ist jetzt aber auch gleich dran. Der macht zwar den letzten Shin. Der hat Adrenalin, ja. Ich gehe mal davon aus, zu spielen zusammen, weil die kamen ziemlich schnell rein. Das würde erklären, warum der jetzt hier weitermacht, umstatt den zu holen. Ist das nicht mehr, dass du mit Adrenalin runterspringst vom Haken? Nee. Das haben wir ja Wahlen gesagt. Wenn du liegst, nein, wenn du liegst, geht es so hoch. Aber es geht nur, wenn das Ausgangstor kommt. Junge, jetzt brauchst du nicht mehr hinlaufen, du hast den verrecken lassen. Der rennt echt an denen vorbei. Ist nicht dein Ernst jetzt. Was für ein Wichser. Es sei denn, der hat jetzt gesagt, nee, lass mich sterben oder so. Aber das glaube ich eher nicht. Könnte ich auch mal an. Das wird eh eine schnelle Nummer werden. Der kommt nicht dazu, irgendwas zu öffnen, ja. Ja, so hätte ich eben auch vor dem abhauen können, aber ich wollte jetzt nicht sämtliche Paletten umwerfen. Oh, was ich gerade gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das jeder sieht oder nur der, der gerade gestalkt wird. Wenn du dich umdrehst und den anguckst, den du gestalkst, dann hat der, wenn er dich stalkt, so einen roten Schein irgendwie auf dem Kopf. Wie ist denn noch immer da drin, oder? Lebst du? Ich versuche, dass die falsche Taste sagt, dass du hoffest. So, ich habe gerade nicht wirklich viel verstanden. Ich wollte mal den Namen von dem Typen mal im YouTube-Twitch-Blank. Ich meine, das einzige Gute ist, die werden jetzt nicht alle Ghostface spielen, wenn sie es erst mal durchgespielt haben, weißt du? Also irgendwann wird es denen langweilig, dann wollen sie wieder was anderes leveln oder was, was ich. Aber die erste Zeit, die wird echt hart. Das glaubst auch nur du. Ja, es wird nicht ewig nur Ghostface geben. Es gab wahrscheinlich auch am Anfang, hab ich mich jetzt erschreckt, äh, kein Hupin. Es gab wahrscheinlich auch am Anfang Ewigkeiten Liedchen. Da hinten ist das schon wieder. Ah, du blockierst mich, geh weg! Mann! Sorry, aber ich bin etwas panisch, wenn ich schon das Gesicht sehe. Ja, ich brauche heute gar nicht mehr spielen, glaube ich, ey. Da habe ich keinen Bock drauf, ey, weißt du? Du bist immer der Erste, du bist immer der Doofe hier nur noch, ey. Ey. Nur alle spielen diesen Cup-Killer, ey. Ja, ich kann verstehen, dass sie ihn testen wollen, quasi. Aber ich meine... Ja, dann sollst du nur woanders testen, ey, Mann, ey. Läuft er nach rechts oder links? Keine Ahnung. Ja, super. So kann ich dich geil holen, echt. Ich werde irgendwie geholt, glaube ich, von irgendeinem Mech. Mit einer Maske. Ja, toll. Ach, da ist er schon wieder. Willkommen zu dem Generator da hinten. Ich habe ihn jetzt direkt angeguckt, aber danach ist er da verschwunden. Weil du kannst, so wie ich das verstanden habe, auch wenn der andere einen anguckt. Also nicht der, der gestalkt wird. Dann kannst du es wohl auch aufheben. Ach, hier ist noch ein Gin. Ich stütze mich mal auf die Toten, die gehen schneller. Ja, habe ich auch einen gemacht, von. Dann diese komische Funktion, dass du in die Ecke gucken kannst, ohne dass der Survivors mitbekommt. Weißt du, das ist ja total assi. Ich bin aber schon super heavy, super glücklich, dass wir zumindest einen Gin machen konnten. Ich bin nicht die einzige, davon bin ich ganz fest überzeugt, die irgendwann sagt, naja, gut, wenn der jetzt nur noch drin ist, habe ich auch keinen Bock mehr zu spielen. Und da werden sie sich richtig ins eigene Fleisch mit schnallen. Also, wenn das so ist, oder wenn der, sagen wir mal, von vier Runden dreimal kommt, dann spiele ich es nicht mehr. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, mein Devin. Da will einer, David, hat einen Gin gemacht gegen Ghostface. Ah. Ich habe da hinten, glaube ich, gerade was gesehen. Ah, ist hier in der Nähe. Da hinten links ist er, pass auf. Nein, das ist mein Platz. Äh, ach, das ist Clodet. Jetzt kommt Clodet auch hier hin. Der sucht sich, glaube ich, gerade, nee, der ist zu dem anderen Schenkel gegangen, aber wir müssen aufpassen, der kommt von mir aus hinten links. Da ist er schon, aber der geht auf die Clodet, pass auf. Vielleicht kriegen wir den noch zu dritt durch mit dem Zweitbonus. Komm schon, bitte. Ich will einmal, dass alle raus können, wenn der spielt. Ich weiß noch, wo sind die Ausgänge? Die Ausgänge? Links von uns. Ah, geh hin, geh hin. Ah, da ist doch kein Wehchen. Das sind zwei Ausgänge. Kannst du jetzt zum anderen auskommen, wo du das machst? Ja, was ist die? Ach, da hängt die jetzt extra da oben hin. Ah, von wo ist der da hochgekommen? Das siehst du nicht, ne? Der ist noch da, der ran... Ah, warte mal, die Meck geht da, glaube ich, jetzt hin. Boah, ich wollte den abhängen, Mann. Ah, der verfolgt die Meck, aber okay, das ist... Ausgang ist halb meiner hier, hinter dieser Hütte. Ah, der ist ja am Campen, die... Ah, wie Sau. Ne, der ist am Facecampen ja gerade. Hast du eine geliehene Zeit hast du auch nicht, ne? Ne, ich habe ja den auf Level 1. Ach so, stimmt ja. Also, ich stehe vorm Ausgang. Komm raus, komm. Ah, das tockt mich, glaube ich, gerade. Weil ich glaube nicht, dass wir da eine Chance gegen haben. Also, sonst sind wir down. Ah, ich bin jetzt down. Ich weiß auch nicht, wo der zweite Ausgang ist. Hier hinten, an der Ecke, auch deiner Nähe. Ah, kann sein. Geh raus, geh raus, geh raus. Ich glaube, er hat von mir abgelassen. Ne, sie hat sie geholt. Die eine hat die geholt. Ja, aber er ist auch kurz hinter mir hergelaufen. Vielleicht deswegen. Der kommt zu uns. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße. Ja, ich wollte dazwischen, aber das war doof. Das war richtig. Andererseits, ich bin jetzt nicht mehr im Weg. Ich hoffe, sie hat es noch geschafft. Oh, die Mecke ist aber noch. Fuck. Er hat die Mecke gesehen. Oh, bitte. Bitte, nein. Bitte geh raus, bitte geh raus. Schaff es. Tu es für alle Frauen. Ah, der macht Mindgames, damit sie nicht rauskommen gerade. Siehst du das? Ja, ja. Fuck. Sie rennt doch nicht so weit weg. Die hat nicht mehr so viel Zeit. Ja, aber die Klappe ist die nicht. Oh, scheiße, wird zeraben. Oh, 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 oh. Nicht nach hinten gucken. Nein. Ach, scheiße. Wo geht er die jetzt? Ne. Die hing glaube ich auch gar nicht. Oh, scheiße. Alter, siehst du da mal wieder, was sie dann, äh, ach, das ist ein Schaf, was sie da drauf hat. Was ihr droht, wenn du anderen helfen willst, weißt du? Ja. Scheiße. Ja, aber sie hat die eine gerettet. Ach, sie hat doch geliehene Zeit dabei gehabt, okay. Ja, ich bin mit meinem Scheiß nicht mit einer. Also, bis auf, äh, dingstechnisch. Oh, er ist sofort raus. Der Typ ist sofort raus. Oh, jetzt ist er raus, ja. Ne, ich bin sofort aus der Partie geflogen, hab keine Punkte gekriegt. Was ist das denn? Ja, super. Wie, du hast keine Punkte gekriegt. Du hast auf Escape gedrückt. Weil dann fliegst du, dann gehst du nicht raus. Also nicht in diese Dienste. Nein, ich war ja schon in der Lobby, bin auf Zuschauer gekommen. Also, die haben eigentlich was kriegen müssen. Aber ich habe keine gekriegt. Ich bin aus dem ganzen Ding rausgefahren. Es kam zweimal ein schwarzer Bildschirm, ohne dass ich was gemacht habe. So. Ich bin aus dem Ding rausgefahren.